Willkommen, wir werden uns hier eine relativ anschlussvolle logarithmische Gleichung anschauen. Bevor wir überhaupt an einen Lösungsweg für diese Gleichung denken, sollten wir vielleicht zuerst die Gleichung ein bisschen genauer anschauen. Auf beiden Seiten der Gleichung befinden sich Logarithmusfunktionen. Außerdem, das Besondere an dieser Gleichung ist die Tatsache, dass die unbekannte x sowohl in der Basis des Logarithmus als auch im Argument steht. Und deshalb sollten wir zuerst mit dem sogenannten Definitionsbereich anfangen. Das heißt übersetzt, welche Werte kann die unbekannte x überhaupt annehmen anhand dieser Gleichung. Tja, wir können da entweder mit dem Basen oder mit dem Argumenten anfangen an dieser Stelle. Ich entscheide mich jetzt zuerst für die Argumente. Ein bisschen einfacher, das Ganze nachzuvollziehen. Habe ich auch hier mit grün angedeutet. Also, wenn wir zuerst die linke Seite nehmen, dann zur Erinnerung, in einen Logarithmus dürfen nur positive Zahlen eingesetzt werden, die größer sind als 0. Das heißt, dass in erster Reihe x plus 1 größer als 0 sein muss. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen umformen, also die 1 rüberbringen, dann können wir ja schlussfolgern, dass x größer als minus 1 sein muss. Auf der rechten Seite haben wir in unserem Logarithmus nur ein x. Das heißt, die einzige Existenzbedingung hier lautet, x muss größer als 0 sein. Neben dieser Argumente sind natürlich auch die Basen in diesem Fall von Bedeutung, weil die unbekannte x auch in beide Basen steckt. Und bei den Basen eines Logarithmus gibt es so ähnliche Existenzbedingungen. Also, die müssen ebenfalls positiv sein. Also, wenn ich mich jetzt auf die linke Basis beziehe, dann muss ich in erster Reihe sagen, dass sie größer als 0 sein muss. Allerdings gibt es hier noch eine Zusatzbedingung. Die Basen müssen immer verschieden von 1 sein. Also, deshalb schreibe ich ja hier und x verschieden von 1. Und genau die gleiche Taktik wenden wir auch bei der rechten Seite an. Also, in erster Reihe muss dieses x plus 1 größer als 0 sein. Aber das hatten wir ja zufälligerweise schon mal oben. Also, daraus folgt ebenfalls, dass x größer minus 1 sein muss. Und auch diese Basis, diese x plus 1, muss verschieden von 1 sein. Das können wir auch so schreiben. Und wenn wir die 1 rüberbringen, folgt daraus, dass x ebenfalls verschieden von 0 ist. Und da wir jetzt die sogenannten Randbedingungen haben, können wir auch eine Schlussfolgerung ziehen. Am besten, wir tragen alle diese Existenzbedingungen an einer Zahlenstrahlachse. Ich teute sie jetzt auf der rechten Seite durch den Pfeil an. Und wenn ihr ein bisschen diese Existenzbedingungen auf der linken Seite anschaut, dann merkt ihr einfach nur drei verschiedene Zahlen, die ständig auftauchen. 0, 1 und minus 1. Genau diese Zahlen werde ich jetzt auch hier an dieser Stelle eintragen. Und wir fangen von oben nach unten mit der ersten Randbedingung an. Die erste Randbedingung sagt uns, dass x größer als minus 1 sein muss. Das heißt, wir haben hier bei minus 1 einen offenen Intervall, das sich nach rechts gegen unendlich ausbreitet. Sieht vereinfacht so aus. Dann die nächste Randbedingung. x muss größer als 0 sein. Gleiche Geschichte hier bei 0. Also wieder offenen Intervall bei 0. Das Werte der 0 gehört nicht dazu. Und dann wieder gegen unendlich. Dann folgen ein paar Randbedingungen, die sich überschneiden mit dem oberen 2. Zum Beispiel x größer als 0 hatten wir ja schon. Aber das ist für uns besonders. x verschieden von 1. Ich deute das so an. Als ein verbotener Wert bei 1. Und unten haben wir x größer als minus 1. Das hatten wir bereits. Und x verschieden von 0. x verschieden von 0 spielt eh keine Rolle, weil in diesem Intervall mit x größer als 0 die 0 eh nicht dabei ist. Das heißt, das einzige, was übrig bleibt, hier für uns als Definitionsbereich, ist eigentlich dieser unendlich große Bereich von 0 bis unendlich. Allerdings die Zahl 1 gehört nicht zu der Lösungsmenge. Deshalb zu der Definitionsmenge können wir dann sagen, allgemein offener Intervall von 0 bis unendlich, außer das Element 1. Das gehört nicht zu dieser Lösungsmenge der Gleichung. Eine kleine Bemerkung hier am Rande. Dieser runden Klammer bei der Intervallschreibweise kann man auch als nach außen gedrehte, eckige Klammer schreiben. Da wir jetzt endlich unsere Definitionsmenge haben, können wir uns auch um die Lösung dieser Gleichung kümmern. Wenn ihr die Gleichung ein bisschen näher anschaut, sollte euch auffallen, dass links und rechts bei den Logarithmen verschiedene Basen stehen. Das ist bei einer logarithmischen Gleichung immer so ein kleines Problem. Aber dieses Problem kann man sehr einfach beheben, indem man einfach auf einer dieser beiden Seiten eine sogenannte Basistransformation durchführt. Und natürlich fehlt man in solchen Fällen die einfachste Basis. Also wir haben zur Auswahl einmal die Basis x oder x plus 1. Klar ist x die einfachere Basis und deshalb transformieren wir die rechte Seite. Zur Erinnerung, es gibt eine Formel dafür, die ich jetzt rechts einblende. Also, anhand dieser Formel kann man praktisch jeden Logarithmus in eine beliebige Basis umformen. Unsere Zielbasis ist jetzt auf der rechten Seite x. Das heißt, die linke Seite übernehme ich erstmal unverändert. Da haben wir log x von x plus 1. Und auf der rechten Seite, wenn ich diese Formel rechts anwende und in Basis x transformiere, dann haben wir Logarithmus in Basis x von x durch Logarithmus in Basis x von x plus 1. Gut, eine weitere nützliche Sache ist, dass ihr euch erinnert, was Logarithmus in Basis x von x eigentlich ist. Und das blende ich auch rechts ein. Also, wenn die Basis und der Argument beim Logarithmus gleich sind, dann ergibt das immer 1. Das heißt, unsere Gleichung kann man auch noch anders darstellen. Also, auf der rechten Seite meine ich natürlich x plus 1. Und dann haben wir auf der rechten Seite 1 durch Logarithmus in Basis x von x plus 1. So, natürlich wollen wir jetzt diesen Bruch auf der rechten Seite auflösen. Dafür tun wir mit dem Nenner hier durchmultiplizieren. Also, mit Logarithmus in Basis x von x plus 1. Und dieser Term ist identisch mit unserer linken Seite. Und deshalb haben wir dann auf der linken Seite Logarithmus in Basis x von x plus 1 alles hoch 2 stehen. Und auf der rechten Seite stehen nur noch die 1. Entsprechend, um die hoch 2 hier wegzubekommen, ziehen wir jetzt die Wurzel. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Wurzel aus 1 ist natürlich plus und minus 1. Deshalb entstehen an dieser Stelle zwei Gleichungen, die wir gleich lösen werden. Einmal, Logarithmus in Basis x von x plus 1 ist gleich 1. Alternativ, Logarithmus in Basis x von x plus 1 ist gleich minus 1. Und wir fangen jetzt natürlich mit der linken Gleichung an. Es gibt bei solchen logarithmischen Gleichungen grundsätzlich zwei Vorgehensweisen. Die klassische wäre, zu exponieren, und zwar mit der Basis des Logarithmus, was hier auf der linken Seite steht. Also, exponieren mit Basis x. Das heißt, übersetzt auf beide Seiten in x-Hochform zu schreiben. Allerdings geht hier noch ein anderer Trick, mit dem wir ein bisschen schneller zum Ziel kommen. Deshalb werde ich jetzt hier nicht nach dem klassischen Weg gehen, sondern ich werde euch diesen Trick zeigen. Also, wir haben vor circa zwei Minuten festgestellt, dass die 1 hier eigentlich Logarithmus in Basis x von x war. Das können wir an dieser Stelle nochmal ausführlich hinschreiben. Also, Logarithmus in Basis x von x plus 1, also die linke Seite habe ich jetzt einfach nur abgeschrieben, ist das gleiche wie Logarithmus in Basis x von x. Und wenn wir die linke und die rechte Seite so darstellen, dann merken wir, okay, wir haben beide Seiten im Logarithmus in gleicher Basis. Das bedeutet, wenn diese Gleichung gilt, dann müssen auch die Argumente gleich sein. Also, das hier muss das gleiche sein wie dieses x, was hier auf der rechten Seite steht. Und daraus ziehen wir jetzt eine Schlussfolgerung, dass x plus 1 das gleiche sein muss wie x. Und wenn wir jetzt versuchen, diese Gleichung nach x umzuformen, naja, da kommen wir nicht sehr weit, weil am Ende steht dann 1 gleich 0. Das bedeutet, dass diese Gleichung überhaupt keine Lösung liefert. Die gleiche Taktik werden wir auch bei der Gleichung auf der rechten Seite jetzt anwenden. Allerdings haben wir dort beim ersten Blick ein kleines Problem. Statt 1 steht hier eine minus 1. Aber das ist kein wirkliches Problem, weil eine minus 1 bedeutet das gleiche wie minus 1 mal 1. Also, wir haben sozusagen die minus 1 zerlegt. Und das bedeutet, die minus 1 bleibt dort, wo sie ist. Und diese 1 schreiben wir wieder als Logarithmus im Basis x von x hin. Entsprechend haben wir dann, Logarithmus, Basis x von x plus 1, ist das gleiche wie minus 1 mal Logarithmus im Basis x von x. Ja, ein Schritt ist noch notwendig. Bevor wir jetzt die linke und die rechte Seite wieder vergleichen, haben wir noch das Problem, dass es minus 1 auf der rechten Seite vor dem Logarithmus steht. Aber, zur Erinnerung, es gibt eine Logarithmusregel, die besagt, dass eine Konstante vor dem Logarithmus auch als Exponent hier im Logarithmus geschrieben werden darf. Das heißt, die Gleichung sieht dann so aus. Selbstverständlich ändert sich auf der linken Seite erstmal gar nichts. Und auf der rechten Seite haben wir dann Logarithmus im Basis x von x hoch minus 1. Und jetzt können wir wieder diesen Vergleich zwischen den beiden Argumenten starten. Das und das hier wird verglichen, ungleich gesetzt. Das heißt, x plus 1 ist das gleiche wie x hoch minus 1. Und x hoch minus 1 kann ich auch ein bisschen schöner schreiben als 1 durch x hoch 1 oder 1 durch x. Und das ist jetzt noch die übrige Gleichung, die wir lösen müssen. In erster Reihe empfiehlt es sich wieder dem Nenner loszuwerden. Das heißt, ich tue die ganze Gleichung durch x durchmultiplizieren. Mit x durchmultiplizieren. Dann haben wir x² plus x ist gleich 1. Und dann kann man noch dieser 1 rüberbringen, minus 1. Und dann steht am Ende eine quadratische Gleichung. x² plus x minus 1 ist gleich 0. Diese Gleichung kann man jetzt auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Zum Beispiel quadratische Ergänzung, PQ-Formel oder ABC-Formel oder die sogenannte Mitternachtsformel. Es ist egal, wie ihr es macht. Ich habe mich jetzt für die ABC-Formel entschieden. Das war mein Ansatz mit der Formel. Und dann habe ich zwei Lösungen rausbekommen. Einmal minus 1 plus Wurzel 5 durch 2. Und einmal minus 1 minus Wurzel 5 durch 2. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen auch noch überprüfen, ob diese Lösungen überhaupt in unserer Definitionsmenge liegen. Deshalb blende ich zur Erinnerung nochmal auf der rechten Seite unserer Definitionsmenge. Und da man normalerweise bei so einer Aufgabe kein Taschenrechner zur Verfügung hat, versuchen wir zu schätzen, ob wir wirklich in diesem Bereich liegen hier oder nicht. Naja, das Problem ist bei dieser Lösung nur die Wurzel 5. Die muss man richtig abschätzen. Also das heißt, ich schreibe hier die Wurzel 5 und ich überlege mir zwei Quadratzahlen, um das Ganze besser einschätzen zu können. Eine links und eine rechts. Also wir könnten behaupten, dass Wurzel 5 größer ist als Wurzel 4. Und gleichzeitig könnten wir behaupten, dass Wurzel 5 kleiner ist als Wurzel 9. Das wäre dann nach der 4 die nächste Quadratzahl. Wenn wir links und rechts die Wurzel jetzt ziehen, dann haben wir 2 ist kleiner als Wurzel 5 und ist kleiner als Wurzel aus 9 ist 3. Damit können wir Schlussfolgern, dass Wurzel 5 eine Zahl zwischen 2 und 3 ist. Mehr brauchen wir auch nicht. Weil, wenn wir uns jetzt unsere Lösung anschauen, haben wir vorne minus 1 plus 2, irgendwas. Also da wird der Zähler auf jeden Fall positiv. Und geteilt durch 2 bleibt der positiv. Also ist auf jeden Fall eine Zahl zwischen 0 und unendlich. Und diese Zahl ist bestimmt nicht 1. Also das heißt, die erste Lösung ist in Ordnung. Wenn wir jetzt mit der gleichen Taktik die zweite Lösung analysieren, dann haben wir oben einen Zähler minus 1, minus 2, irgendwas. Das ergibt einen negativen Zähler. Und minus geteilt durch plus ergibt minus. Das bedeutet, die zweite Lösung wäre negativ und passt nicht mehr in unser Definitionsmenge rein. Das deute ich jetzt so dramatisch durch den Blitzer an. Also, das heißt, die Gleichung hat nur eine Lösung und zwar dieser X1 hier. Und zum Schluss noch ein Hinweis. Wenn Interesse, weitere ähnliche Aufgaben findet ihr gleich im Abspann dieses Videos in einer Playlist, die ständig aktualisiert wird. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.